Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mich für den Tag des Pfützen-Springens entschieden. Dieser Tag hat mich gleich angesprochen, denn es ist ja eigentlich richtig cool, wenn man entsprechend gut angezogen ist, mit Gummistiefeln und Regenjacke, sage ich mal bewaffnet und am besten natürlich noch eine Regenhose, einfach mal in Pfützen zu springen und Spaß zu haben daran. Ich habe ein Kind gezeichnet, das entsprechend gut angezogen ist, mit einer Regenjacke und Gummistiefeln und das in eine Pfütze mit voller Wucht sozusagen reinspringen. Denn Kinder springen ja doch ganz gerne in Pfützen und haben leider nur manchmal nicht die richtige Kleidung dafür an. Gut, das war's für heute und bis zum nächsten Mal.